Yo Leute, was geht ab? BluCast Rage zu wieder im Schatten. Willkommen zu einem Fortnite Video hier auf meinem Kanal und heute zeige ich euch das erste Mal die neue Season und ich bin sehr gespannt. Ich muss mich übelst beeilen, wenn meine Mutter gleich wiederkommt, dann muss ich einfach beim Reintragen von den Sachen vom Einkaufen, deswegen beeile ich mich mal ein bisschen. Hintrall erkenne ich ja schon. Alter, es ist laut. Das passt, track ich auch. Eigentliche Styles. Einfach klein, passt schon. Passt schon. So Leute, gucken wir uns mal zur ersten Battle Pass an. Oh, let's go. Okay, weil die will ich nämlich spielen. Ich kaufe aber spielen will ich nie. Die Karte spielen wir ja direkt auf Platz 1, what the fuck. Sind wir okay? Das ist wahrscheinlich ein anderes Deal. Die Kästen sieht auch wild aus. Ja, die brauche ich nicht zu sagen, da kommt Schmutz aus. Okay, krass in Gold. Ja, okay. Das ist nicht so scheiße der Fall gemacht. Okay, sie. Und sie ist jetzt ein Teil davon, oder was? Wo Venom ist auf Letzten. Ist ja nicht Venom, hä? Ich weiß eigentlich, es ist Venom. Aber okay. Ja, ist okay. Ah, das ist meine Freundin, okay. Ja, dafür muss ich ja nicht mal reden. Wir gehen jetzt in den Solo rein. Okay, ich bin gespannt, Leute. Ey, warte mal, wir gehen meine Settings doch mal. Crouch, Jump, Reload, Switch Mode, Pickaxe, Bilden. Ist ja genau gleich, oder? Hier, die ziehe ich dann nochmal. Egal, Leute, wir gehen einfach rein. So. Wenn ich erstmal direkt die erste Runde auf die Fresse bekomme, oder nicht? Was? Kann man immer noch crossen? Oh, Decker. Ich habe das Zug aufgestürzt. Nein, das ist wieder nicht da. Egal, ich gehe einfach mal... ...Person Park raus. Boah. Warum ist das so laut? Das muss ich jetzt mal gleich runterstellen. So. Wenn ich jetzt weggeschützt werde, ne? Dann krieg ich das Game direkt wieder. Und ich weiß, es geht schon über, dass die sind nicht mehr gespielt. Wenn ich jetzt die erste Sweater bekomme, dann bin ich sauer. Ach, ey, Digga, ich springe ja mit R3. Ich weiß, es ist übelst los, nein. Ich bin zu klein oder die PMS-Forte. Und ich weiß, es ist ein bisschen zu frei. Was ist denn das? Und das ist der andere? Ich weiß nicht der andere sehr, diese auch nicht wahr. Ich muss das Game Laser stellen. Zum Kotzen. Ich muss das Game Laser machen. Besser. Ich bin echt sehr gespannt, was es hier abgeht. Ich verrück mich die ganze Zeit. Was ist das jetzt? Jetzt hat er mich hinter mir geballert. Der war ja übel zu scheiße. Leather, 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 Leather. Was hast du für eine Waffe? Der eine Slippertyp mit Übeln auf den Sack. Warte, einer ist wieder der größte Sweater. Warte, wer für ein Schützer ist. Das ist richtig scheiße, Digga, what the fuck. Geh mal bitte verkaufen. Ey, ne. Ja, aber jetzt ist er schon wieder. Oh mein Gott, sind die schlecht, hä? Die Spitzenhebel ist rein und verkacken die ganze Zeit. Es gibt mir noch die Railgun. Heimland. gewesen. Das ist vielleicht jetzt dumm da zu pushen. Ähm. Ja, Digga, wenn das Game wieder nicht baut, Digga. Alter, wer ist er denn schon wieder? Alter, wenn man zu Battle Sticker hat für das Game. Der hat jetzt sogar die Wand. Der hat jetzt schon wieder. So Leute, wenn ich irgendwas so richtig mitbekomme, dann ja, tut's mir leid, weil ich checke. Ich denke, es ist eine komische Farbe. Was tut mir die Farbe? Dann ist ein Spezialist. Der war ein Baufahrt. Der ist der übelste Schwitzer. Oh. Das war Lucky. Ja, ey, wir drehen mal 30 Leute rein. Boah, geiles Game wieder. Ey, mein Gott, ey. Weil der Camper mich da oben abgeballert hat. So Leute, ich bin wieder da. Ja, die Runde war okay. Es war so ein bisschen scheiße, wenn man von drei Leuten abgeballert wird, aber... Da kann man jetzt nichts machen. Also würde ich sagen... Kommt vielleicht bald wieder ein nächstes Fortnite-Video. Mal gucken. Ich denke mal schon. Da würde ich sagen... Wenn ihr mehr Bock auf heute Videos habt, lasst gerne ein Like und ein Abo. Da würde ich sagen, haut rein. Ciao. Ciao. Ciao.